Ich fühle, eine sehr besondere und originelle Weise zu denken. Ich fühle, dass Sie die Meinungen anderer Menschen nicht so ohne weiteres akzeptieren. Ich fühle scharfen Intellekt. Ich fühle Bewusstsein. Nein, ich fühle Luft. Ich fühle Gelb. Öffnen Sie die Hand. Gehen Sie bitte an Ihre Position zurück. Ingo. Ingo. Kann es sein, dass Sie sich mitunter etwas unterfordert fühlen? Ja. Kann das sein? Ja. Kann es sein, dass Ihre Qualitäten mitunter nicht so ganz erkannt werden? Möglich, ja. Aber Sie sind sehr, 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 sehr erdverbunden. Ich sehe Wurzeln. Standhaftigkeit. Ich sehe Erde. Ich sehe Grün. Dankeschön. Joy. Joy. Sie brauchen sehr viel Liebe. Aber Sie haben Energie, Kraft, Stärke, Urgewaltige Kraft, Zerstörerische Kraft, Zorn, Energie. Sie? Ich sehe Feuer. Sie haben Rot gewählt. Öffnen Sie die Hand. Ja, die Hand. Vielen Dank. Welche eigentümliche Fügung des Bewusstseins. Öffnen Sie die Kugeln und legen Sie das Papier geöffnet auf Ihre Hand. Sie erleben jetzt ein Ritual und ich möchte Sie bitten, einen Herzenswunsch in Ihren Gedanken zu formulieren und diesen Herzenswunsch in ein Gefühl zu kleiden. Haben Sie das. Joy, können Sie mir das Gefühl in einem Wort nennen? Friede. Nehmen Sie das Gefühl von Frieden und packen Sie es in das energetische Feuer. Ingo, welches Gefühl haben Sie? Loyalität. Nehmen Sie die Loyalität und geben Sie in das symbolische Grün die Erde. Welches Gefühl haben Sie? Kinderglück. Kinderglück. Nehmen Sie das Kinderglück und legen Sie es dort hinein und falten Sie es zusammen. Denken Sie jetzt intensiv an dieses Gefühl. Strahlen Sie dieses Gefühl in die Farbe hinein. Geben Sie mir die Farbe. Bei mir ist Wasser, Kälte und Einsamkeit. Loyalität. Kinderglück. Achten Sie das Gefühl und den Wunsch mit in das, was ich jetzt sage, hinein. Ich rufe die Kronprinzen der Hölle. Aus dem Süden rufe ich Satan, Herrscher des Feuers. Aus dem Osten rufe ich Lucifer, Herrscher der Luft. Aus dem Norden rufe ich Belial, Herrscher der Erde. Aus dem Westen rufe ich Leviathan, Herrscher des Wassers. Kommt herbei. Hört auf euren Namen, auf das ihr unsere Wünsche erfüllt. Ein schwarzes Herz aus Stein ist das Symbol für eure Wünsche. Die damit in Erfüllung gehen. Und für mich das Symbol von Sehnsucht, Finsternis, unerfüllter Liebe. Und es fühlt sich trotzdem so an, als wenn es mich glücklich macht. Meine Damen und Herren, Ulli Luh.